Der Toyota C-HR kombiniert ein außergewöhnliches Design mit modernsten Technologien. Mit seinem unkonventionellen Look wagt es das Hybrid SUV anders zu sein. Als Konzeptfahrzeug für die Straße bietet er hochwertige Merkmale wie die bündig abschließenden Türgriffe, die erstmals bei einem Toyota zu sehen sind. Hier kennt man Liebe zum Detail. Etwa schließen die Kanten der hinteren Türen direkt an die Rückleuchten an. Die Linien sind noch schärfer gezeichnet und die Linienführung ist sauber und elegant. Der Hammer-High-Look der Front-Party wurde neu interpretiert. Die Voll-LED-Scheinwerfer sind zusammen mit den Blinkerleuchtern in die Front integriert und tragen zum auffälligen, pfeilförmigen Design bei. Erstmals ist der Modellname direkt in die Voll-LED-Rückleuchte integriert und erscheint während einer dynamischen Begrüßungssequenz als Teil des auffälligen Fahrzeughecks. Dieser kühne Look wird durch die neue 2-Fahrplackierung noch unterstrichen, die in den höheren Ausstattungsvarianten serienmäßig ist. Der Innenraum weist eine hochwertigere und verfeinerte Haptik und Optik auf. Durch das Flügel-Design-Thema mit einer horizontalen Anordnung der Instrumententafeln wird dem Passagieren das Gefühl vermittelt, dass der Innenraum sie auf komfortable Weise umschließt. Das schlanke Flügel-Design schafft Platz für ein zusätzliches Fach über dem Handschuhfach. Darüber hinaus profitiert der neue CHR von einem größeren Kofferraumvolumen. Die Ambientebeleuchtung mit bis zu 64 Farben verstärkt mit direkter und indirekter Beleuchtung, das je nach Tageszeit und Temperatur kühle oder warme Ambiente im Innenraum. Serienmäßig verfügt er über ein neues, volldigitales 12,3 Zoll Kombi-Instrument mit gestochen scharfen Grafiken und klar gegliederten und leicht ablesbaren Informationen. Das Toyota Smart Connect Multimedia-System umfasst je nach Ausstattung einen 8 oder 12,3 Zoll Bildschirm, einen intelligenten Sprachassistenten und eine drahtlose Smartphone-Einbindung über Apple CarPlay oder Android Auto. Der Toyota Hybridantrieb der fünften Generation bildet das Herzstück des Schrägheck-SUVs und sorgt für ein ideales Verhältnis von gesteigerter Leistung und niedrigen Emissionen. Hier elektrifizierte Antriebe. Das Programm umfasst 1,8 und 2,0 Liter Hybridantriebe sowie einen 2,0 Liter Plug-In Hybrid. Der 2,0 Liter Hybrid wird zusätzlich mit dem intelligenten Allradsystem AWDI angeboten. Hier gezeigt als GR Sport mit auffälligen GR Styling Details. Angetrieben wird dieser sportliche Hingucker vom großen 2,0 Liter Voll Hybrid mit 197 PS Systemleistung in Verbindung mit dem Allradsystem AWDI. Alle Versionen des Toyota CR-R sind seriemäßig mit Toyota T-Mate und der dritten Generation des Toyota Safety Sense Sicherheitssystems ausgestattet. Im Oberbegriff Toyota T-Mate werden die fortschrittlichen Assistenzsysteme gebündelt, die das Autofahren sicherer und einfacher machen und das Parken erleichtern. Die neueste Generation von Toyota Safety Sense umfasst präventive Sicherheitssysteme mit erweiterter Funktionalität und umfassender Überwachung der Umgebung. Grundsätzlich, was ist das Gute an Toyota? Seit der Markteinführung vom Jahr 2016, wo das erste Modell vom CR-R herausgekommen ist, gibt es nicht nur viele technische Änderungen an dem Fahrzeug, sondern das Hauptaugenmerk von Toyota ist jetzt natürlich auch die 1,99% Fixverzinsung. Und zusätzlich bietet Toyota nach den drei Jahren Werksgarantie, also drei Jahre oder 100.000 Kilometer, im Nachhinein dann noch bis zu zehn Jahre Garantie, also die Toyota Relax Garantie, die von Serviceintervall zu Serviceintervall dann immer wieder verlängert werden, von Jahr zu Jahr bis zu zehn Jahre. Ein Highlight vom Plug-in Hybrid? Ein tolles Feature, was das Fahrzeug mit eingebaut hat, ist das Geofencing, also sprich, das heißt, sobald das Fahrzeug erkennt, wenn ich im innerstädtischen Bereich mich bewege, dann schaltet das Fahrzeug den Benzinmotor aus und fährt dann rein mit dem Elektromotor weiter. Erhältlich ist das auffällige Crossover ab einem Preis von 36.690 Euro.